Oh, sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm, wenn die uns hier beim Kerr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Sie hat gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber... Hast du sie jetzt, oder...? Ich... glaube ja. Ich spüre sie. Sie... ist in mir. Bei meinem Thumb. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Was kann schon schief gehen? Wo kommt ihr zwei denn her? Was solltest du in diecase? Was solltest du? Was solltest du? Ich kann den weg mit sich nicht. Was soll bist du? Ich hab mich nicht. Das war's. Wie sollst du sie? Das war's. Nicht zu lang. Du weißt, was zu tun ist. Fass, Torgal. So langsam. Du weißt, was zu tun ist. Fass, Torgal. Fass, Torgal. Du weißt, was zu tun ist. Fass, Torgal. Schnapp sie dir. Du weißt, was zu tun ist. Fass, Torgal. Fass, Torgal. Fass, Torgal. Fass, Torgal. Fass, Torgal. Wollah, ich bin's nur. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ihr habt euch ganz schön ausgeturbt, was? Hier lang. Aber wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Habhöhe rumschlagen musste. Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und, ähm, er ist fündig geworden? Nein. Dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich hab auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaub, er mag dich. Sie, sie ist weg. Weg. M'lady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier... Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun, Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er hat mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? M'lady, wir sind los. Miros. Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Waren gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Bleib weg! Hab keine Angst. Sie können dir nicht mehr wehtun. Komm, lass uns gehen. Ist das meine Strafe? Weil ich nicht auf dich hören wollte? Diese elende Welt! Verrecken soll sie! Ihr alle sollt verrecken! Stimmt! Stimmt! Spürst du das auch? Garoda! Bei den Flammen! Sie hat die Kontrolle verloren! Zu viel Äther! Wenn sich Garoda nicht beruhigt, verschluckt dieser Sturm noch den ganzen Wald und uns gleich mit! Ich halte sie auf! Was willst du? Da war sie wieder! Dieselbe Stämme! Verdammt nochmal! Musst du deshalb da reinlaufen? Unvergesser! Klaif, ich glaube, du verstehst nicht! Das ist kein windiges Wetter, in das du da läufst! Benediktas Jezon ist unberechenbar! Und das an einem guten Tag! Wer weiß, was uns da drin blüht! Das ist mir egal! Ich brauche Gewissheit! Ein für alle Mal! Nämlich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020